Sie hören einen Podcast der Reihe Distanzlernen und Digitale Medien. Diese Podcastreihe entsteht in Zusammenarbeit der Thüringer Lehrergewinnungskampagne und des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcastreihe Lernen in der Distanz und Digitalität. Wir gehen heute den Fragen nach, was haben digitale Medien eigentlich im Schulort zu suchen? Wie gestaltet sich denn insbesondere dort das Verhältnis von Mediennutzung und Kinderschutz? Und welche Rolle spielen Erzieherinnen für die Entwicklung und das Lernen der Schülerinnen und Schüler? Diesen Fragen wollen wir nachgehen mit Frau Katrin Kölner. Katrin Kölner ist Referentin für den Bereich der Erzieherinnenfort- und Weiterbildung Bildung am Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien. Herzlich willkommen, Frau Kölner. Ja, herzlichen Dank. Ja, Bildung in der Grundschule hört nicht beim Stundenklingeln auf, eine alte Weisheit. Welche Chancen bieten denn digitale Medien für Bildung, das Lernen und Spielen, insbesondere im Schulort? Wenn ich an Schule denke, dass Pädagoginnen eine Idee von Lernen über den ganzen Tag hinweg haben. Es ist ja so, dass sich der Schultag schon am Vormittag durch den Unterricht und am Nachmittag strukturell sehr stark unterscheiden. Aber die Besonderheit im Hort ist ja, dass Kinder dort neben der Lernzeit auch einen ganz großen Anteil Spielzeit haben und mit ihren Freunden oder Gleichalterigen Interessen teilen können, aber auch mal raufen, viele Dinge ausprobieren und alles das tun können, was einfach auch für ihre Entwicklung ganz wichtig ist. Ja, aber trotzdem sehe ich auch eine Chance für digitale Medien im Schulort, nämlich in der Ergänzung und Erweiterung von verschiedenen Möglichkeiten, also zum Beispiel zum Spielen, zum Lernen, aber auch zum Entspannen. Dabei spielen digitale Medien eine besondere Rolle. Zum Beispiel kann ich mir den Einsatz sehr gut vorstellen, um naturwissenschaftliche Phänomene zu erforschen, weil da können digitale Medien Dinge, die ein analoges Medium in dem Sinne nicht kann. Zum Beispiel sehe ich eine Pflanze auf dem Fensterbrett in einem Klassenzimmer und eine Digitalkamera nimmt jeden Tag ein Bild zur gleichen Zeit auf. Und Kinder können dann im Zeitraffer beobachten, wie das Wachstum dieser Pflanze geschieht. Das ist für mich ja ein Beispiel dieses Mehrwertes. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass nicht alle Erzieherinnen und Erzieher darauf von Anfang an vorbereitet sind. Was brauchen denn Erzieherinnen dazu, um kompetent mit Schülern im Nachmittag oder vielleicht auch im Vormittag, es kommt ja auch vor, dass Erzieherinnen und Erzieher im Schulvormittag eingesetzt sind, was brauchen Erzieherinnen dazu, um da kompetent mit ihren Schülern umgehen zu können? Mir fällt als erstes etwas ein, was sie haben, was so eine ganz große Kompetenz von Erziehern und Erzieherinnen ist. Sie sind Experten für das Spielen und sie sind häufig auch Experten für die Beziehungsgestaltung. Aus meiner Sicht kommt hier was ganz Wichtiges zum Tragen als Kompetenz, nämlich das Team. Das braucht es an ganz vielen anderen Stellen in Schule auch, wenn wir vor Herausforderungen stehen. Und deswegen ist an der Stelle für mich erst mal wichtig, dass im Team eine fachlich fundierte Auseinandersetzung erfolgt und sich die Kolleginnen untereinander auch darüber verständigen, was wollen wir denn konzeptionell eigentlich? Und es sind dann sicher so Fragen, die Sie sich stellen können, was wissen wir denn zum Beispiel von den Medien, Umgangsweisen unserer Kinder? Was wollen wir ihnen ermöglichen? Was ist uns an der Stelle wichtig? Natürlich auch für einen Schulträger, was braucht es an Ausstattung und wo können wir uns Unterstützung holen? Weil ich denke, es ist eine sehr herausfordernde Aufgabe. Und wenn ich dann weiterdenke an das Thema Kompetenzen, fällt mir ein, dass es natürlich technisch instrumentelle Kompetenzen braucht. Ich muss die Technik bedienen können und nicht nur einmal, sondern das muss ich üben, sonst gelingt es mir nämlich nicht häufiger. Ich muss altersgerecht entsprechend des Entwicklungsstandes der Kinder auch Medienkompetenz vermitteln können. Das ist wichtig. Und natürlich muss ich in dem Feld auch etwas wissen zu medienrechtlichen Grundlagen. Ja, aber vor allem aus meiner Sicht braucht es eine Haltung der Offenheit für lebenslanges Lernen, weil das wird einfach das sein, was uns im Moment ganz stark begleitet. Wie kommen denn eigentlich Erzieherinnen zu den Kompetenzen, die sie dafür brauchen, um mit digitalen Medien, mit den Kindern zusammen im Nachmittag agieren zu können? Also ich habe hier einen heißen Tipp für die Erzieher und Erzieherinnen in Schulhorten. Und zwar eine Fortbildung der digitale Werkzeugkoffer für den Schulhort. Hier arbeiten wir zusammen mit der Thüringer Landesmedienanstalt. Und diese Fortbildung richtet sich an Kolleginnen, die auch noch keine besonderen technischen Vorkenntnisse haben und sich aber dafür interessieren, zum Beispiel Bau-, Spiel-, Bastelprojekte sowohl analog als auch digital anzubieten. Und sie können hier einfach lernen, wie sie zum Beispiel ein Tablet, ein Smartphone, den Computer als Werkzeug einsetzen, um verschiedene Projekte umzusetzen. Das können Projekte sein in Schulwochen oder aber auch in den Ferien oder in Interessengemeinschaften. Und entstehen sollen zum Beispiel solche Sachen wie eine tanzende Zahnbürste oder ein Malroboter, was sicherlich sehr spannend werden kann. Dann kann man im Thüringer Schulportal, in der Mediathek unter der Rubrik Häusliches Lernen ganz viele verschiedene Angebote zum Bereich Grundschule finden. Und diese Apps sind auch teilweise ganz wunderbar im Schulhort zu nutzen. Ja, das wäre so eine kleine Auswahl. Ist eine ganze Bandbreite gewesen. Ich muss aber ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Grundschulkinder, Kinder im Alter von sechs bis zehn, über die sprechen wir im weitesten Sinne, nutzen in ihrem familiären Alltag Fernsehen, Internet, Smartphone, Computer, Tablet, was weiß ich noch alles, ganz selbstverständlich und den ganzen Tag. Brauchen wir diese Medien jetzt auch noch im klassischen Schulhort? Ja, das stimmt. Die KIM-Studie hat ja gezeigt, dass Kinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahren in den Familien zu 98 Prozent potenziell Zugang haben zum Internet. In den Kinderzimmern steht häufig eine Spielkonsole oder ein Mobiltelefon. Und trotzdem, ja, denn Kinder haben ein Recht auf eine Vielfalt von Medien auch im Schulhort. Ich halte es an der Stelle ganz wichtig, auch noch mal zu betonen, dass ja, wenn wir Medien und digitale Medien im Schulhort einsetzen, dass es mit pädagogischer Absicht und vor dem Hintergrund eines Bildungsziels geschieht. Und in Thüringen haben wir einfach die Besonderheit, dass Grundschule und Hort eine organisatorische Einheit sind und wir überhaupt in Grundschule ja noch mal alle Kinder haben, bevor sie in irgendeine Richtung einer Bildungsspezialisierung kommen. Und hier haben wir einfach Zugang auch zu Kindern, die sozioökonomisch benachteiligt sind oder von Armut betroffen und diesen Kindern eben einfach auch Teilhabe zu ermöglichen. Und es geht nicht einfach nur darum, ihnen diese Medien anzubieten, sondern zum einen die technischen Möglichkeiten deutlich zu machen, aber auch kritisch Inhalte zu beleuchten, Regeln mit ihnen zu vereinbaren und natürlich das Angebot zu machen, dass sie selbst praktisch, praktisch produktiv Erfahrungen machen können. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Denn die Medienerfahrungen, die Kinder zu Hause machen, sind ja noch, sind sehr unterschiedlich und abhängig von der Medienerziehung, die zu Hause abgebildet wird. Sie sprachen jetzt gerade das Zuhause und die Familien an. Welche Rolle spielt denn die Zusammenarbeit zwischen Schulhort auf der einen Seite und familiärem Umfeld auf der anderen Seite? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke, dass die schnelle Entwicklung im Bereich der Medien für alle Menschen in unserer Gesellschaft eine große Herausforderung ist. Zum einen für die Pädagogen, aber natürlich auch für die Eltern. Und ich erlebe, dass Eltern zum Beispiel mit ihren Kindern diskutieren, wann gestatte ich meinem Kind, überhaupt ein Smartphone zu haben, wann darf es Zugang haben zu Social-Media-Kanälen. Ich denke, die Herausforderung besteht darin, wir alle, zumindest die ältere Generation, haben noch kein Erfahrungswissen dahingehend. Wir haben in unserer Kindheit den Umgang mit diesen digitalen Medien nicht erlebt und müssen jetzt im Prinzip selbst aushandeln. Wie wollen wir damit umgehen und wie wollen wir das Ganze nutzen? Und ich denke, gerade im Schulhort haben Erzieher und Erzieherinnen an der Schnittstelle zu Eltern eine ganz besondere Chance. Sie haben häufig bei der Abholung bei jüngeren Kindern in der ersten und zweiten Klasse viel Kontakt zu den Eltern. Es laufen viel informelle Gespräche und haben einen guten Beziehungsaufbau. Und ich denke, das ist eine gute Chance, um eben auch zu diesem Thema digitale Medien gut in Austausch kommen zu können und für Themen zu sensibilisieren. Und es wird zum Beispiel auch so gehandhabt, dass es an Schulen Medienelternabende gibt, beispielsweise auch von Schulkonferenzen oder Schulelternsprechern einberufen zu den Fragen, die Eltern in dem Zusammenhang haben. Vielleicht können Pädagogen aber auch sinnvolle Tipps geben. Mir fällt zum Beispiel ein die Zeitschrift FLIMO als Programmberatung für Film, Kino, Internet. Ja, und ich habe jetzt auch gesehen, auf der Seite der TLM gibt es sogar Online-Elternabende zu den Themen, die für Eltern sehr interessant sind. Also ohne die Eltern läuft nichts und mit den Eltern läuft vieles besser. Sie sprachen gerade die Social-Media-Kanäle an und das führt mich zu meinem nächsten Stichpunkt. Wie handhaben Sie das mit der Thematik des Kinderschutzes? Wenn wir in die digitalen Medien reingehen, wenn wir in das Internet reingehen, haben wir es dort mit sechs- bis zehnjährigen Schülerinnen und Schülern zu tun, die natürlich geschützt werden müssen. Einige sprechen von Bewahrpädagogik, davon gehe ich nicht aus, aber zumindest eines gewissen Schutzes bedurfen. Wie handhaben Sie das? Genau, das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema. Ich denke, im Alltag haben Pädagogen hier gute Gelegenheiten, indem sie, die Medienpädagogen sprechen von Medienspuren, genau diese Medienspuren bei Kindern beobachten, nämlich was spielen Kinder zum Beispiel nach? Welche Helden und Heldengeschichten verarbeiten sie? Gibt es vielleicht sogar schon Stars von YouTube-Kanälen, die sie nachspielen und ihre eigenen Shows entwickeln? Daran kann man sehr gut erkennen, was schauen Kinder an, was begeistert sie, was trifft ihre Interessen? Oft ist es auch abhängig in der Familie zum Beispiel von älteren oder jüngeren Geschwistern. Da bekommt man wirklich ganz gut Einblick. Ich habe an der Stelle auch noch einen guten Tipp, denke ich. Eine Broschüre, sie heißt Medienrechte für Kinder, in der ganz wunderbar aufgearbeitet ist, wie man diesem Medium Internet auch und seinen Risiken und Gefahren begegnen kann. Und natürlich greifen wir es auch am Tilm auf. Wir hatten in den vergangenen zwei Jahren jeweils eine Fortbildung zum Kinderschutzparcours und zwar in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz. Er heißt Kinderschutzparcours Finn und Emma und den kann man sich auch ausleihen und zum Beispiel in Projektarbeit oder in Ferien an verschiedenen Stationen mit den Kindern ganz spielerisch zum Thema Gefühle, Gewalt, Nähe, Distanz, Macht arbeiten. Und in der Fortbildung wurde auch das Thema der digitalen Medien aufgegriffen, ganz insbesondere Umgang mit Smartphone, verschiedenen Apps, die in der Altersgruppe gebraucht werden. Und das halte ich für einen wertvollen Hinweis und für ein gutes Instrument. Und ganz frisch ist noch unser Kooperationsvertrag mit dem Kinderschutzbund Kinderrechte digital leben. Und ich denke, das wird was ganz Spannendes für Erzieher, denn es soll darum gehen, wie sich die Digitalisierung im Alltag von Kindern auswirkt und wie konkret Pädagoginnen an Medienthemen in Grundschule und Hort aufgreifen können und auch diese Balance halten können zwischen dem Thema Schutz, Förderung, aber eben auch Teilhabemöglichkeiten. Es ist ja eine gewaltige Verantwortung auch für die Pädagoginnen im Hort, diese Prozesse alle auszugestalten. Wie können denn Erzieherinnen und Erzieher im Hort ganz konkret Bildungsprozesse anregen, ihrer Verantwortung gerecht werden und im Spiel auch Medienkompetenz der Kinder ausbilden? Mir fällt dazu ein guter Satz aus dem Bildungsplan ein. Und zwar Kinder sind angewiesen auf Schutz und Anregung von Erwachsenen. Und ich denke, das sind genau die zwei Ebenen, die Pädagoginnen in diesem Feld im Blick haben und haben müssen. Und das geht wiederum nur über Interaktion und Beziehung. Es ist einfach wichtig, dass sie die Themen der Kinder kennen und diese Themen auch ernst nehmen, ihre Lebenswelt und eine ganz wichtige Grundvoraussetzung in dem Zusammenhang ist für mich das Beobachten. In der Pädagogik, besonders im Hort, ist es immer wieder ein Thema, was ja nicht so stark beleuchtet wird, aber es ist einfach eine Voraussetzung, um die Lernzugänge von Kindern zu erkennen, um zu erkennen, was brauchen Kinder gerade, was sind ihre Entwicklungsbedürfnisse, womit setzen sie sich auseinander, wo kann ich ansetzen, um ja Potenziale entfalten zu können. Und gerade bei dem Thema mit den digitalen Medien, denke ich, kann ich mich insbesondere auch im Schulort als Bildungsbegleiter verstehen und gemeinsam mich ja auf die Reise begeben mit Kindern, denn Kinder kennen sich in dem Feld ja ganz oft besser aus als Erwachsene. Und ich biete dann als Erwachsene diesen sinnvollen Rahmen. Das finde ich ja einen ganz wichtigen Punkt im Verantwortungsbereich. Und wichtig ist mir auch, dass man in diesem Sinne als Bildungsbegleiter immer im Blick hat, zunächst ohne Hilfsmittel, also weder analoge oder digitale, Kinder selbst Themen erforschen lässt. Nämlich sich selbst Fragen stellen lassen, sodass sie zunächst erst mal nachdenken können und auch Verknüpfungen bilden. Die Fragen, die sie haben, in Sprache fassen können und sich fragen, in welchem komplexen Zusammenhang steht das vielleicht, was mir da jetzt begegnet. Vielleicht lässt sich das viel besser an einem Beispiel erklären, was ich meine. Wenn wir zum Beispiel auf einem Waldspaziergang auf dem Weg eine Raupe finden. Sie ist giftgrün, fünf Zentimeter lang und am hinteren Ende hat sie einen Stachel. Die Kinder sind ganz vorsichtig mit ihr, heben sie auf und fragen sich, boah, die sieht ja giftgrün aus. Warum ist das so? Wozu hat die den Stachel? Wie heißt die wohl? Man könnte, glaube ich, in der heutigen Zeit ganz schnell eine App nutzen, sie über die Raupe halten und schwuppdiwupp wüssten wir, was ist der Lebensraum, was frisst sie, warum sieht sie so aus. Aber genau an der Stelle finde ich wichtig, dass die Fragen der Kinder eine Rolle spielen und sie selbst erst mal Lösungsversuche anstellen. Und dann sich möglicherweise auch mit digitalen Medien, Internet, Tablet und so weiter diese Fragen beantworten und ins Forschung kommen. Ja, das wäre so. Das wären einige Punkte, die ich als Verantwortung sehe. Natürlich auch, wenn wir Medien auswählen und sei es eine DVD am Nachmittag, wenn es mal einen Filmnachmittag im Hort gibt oder in den Ferien ins Kino gehe, dass ich mir bewusst überlege, was möchte ich Kindern zeigen. Dazu gibt es Hilfsmittel, zum Beispiel Prädikate im Internet, woran man sich orientieren kann. Genau. Ja, also ich fasse es nochmal zusammen. Ich sehe die Verantwortung vor allem darin, einen sinnvollen Rahmen zu schaffen, Regeln mit den Kindern gemeinsam zu finden und auch auszuhandeln, Grenzen zu setzen, Kinder aber auch immer an diesen Themen zu beteiligen und dadurch zu ermächtigen, dass sie einfach auch in der Lage sind, mit diesem weiten Medium anzufangen, umzugehen. Jetzt sind ja Erzieherinnen und Erzieher die Pädagogen des Hortes und Lehrerinnen und Lehrer die Pädagogen des Unterrichtes. Beide haben ganz unterschiedliche Erfahrungen, beide haben wertvolle Erfahrungen mit den Schülerinnen, mit dem Schüler. Wie kommen diese beiden Erfahrungen zusammen? Ich kenne gute Beispiele aus der Praxis, in der diese Zusammenarbeit ganz wunderbar funktioniert. Zum Beispiel der Austausch über Lernzeiten, Hausaufgabenzeiten am Nachmittag ganz wunderbar eben auch in den Vormittag getragen werden oder das Beispiel, was ich gerade von der Raupe erzählt habe, in so ein kleines Mitteilungsheft kommt oder ein Schüler beauftragt wird, das am nächsten Tag der Lehrerin zu erzählen und zum Beispiel im Heimat- und Sachkunde oder am Deutschunterricht thematisiert wird. Also auch diese Dinge, die Kinder am Nachmittag beschäftigen, ja zum Lerngegenstand im Vormittag werden können und umgekehrt. Denn Kinder bringen ja viel aus dem Unterricht mit. Das ist immer ganz wunderbar an der Übergang zu merken, wenn Kinder aus der letzten Stunde in den Hort kommen. Manchmal beschäftigt sie noch eine Knobelaufgabe aus der zweiten Stunde, Mathe. Das wollen sie unbedingt noch rauskriegen. Oder sie kommen mit einem Lied, das gerade in der Musikstunde, in der fünften Stunde Thema war oder ja mit einem Streit aus der Hofpause, wo auch immer gefragt ist, dass der Pädagoge das aufgreift, was die Kinder gerade beschäftigt. Und ja, wir es einfach schaffen, denke ich, über den ganzen Tag gut zu lernen, wenn diese Zusammenarbeit zwischen Pädagogen, die am Vormittag tätig sind und ja den Erzieherinnen und Erziehern im Schulort ja gut geknüpft ist, wenn dieses Band gut geknüpft ist. Schauen wir einen Blick in die Zukunft. Was wünschen Sie sich denn von einem Schulort in fünf, zehn, fünfzehn Jahren? Ja, da kann ich mir gut vorstellen, im Rahmen von Ganztagsschule, dass der Schulort ein Teil ist, das Lebensort ist Schule. Und ja, dass an diesem Ort vor allem ganz viel gelacht wird und von jedem, von jedem Kind und jedem Erwachsenen das Beste erwartet wird. Und ich denke, gut wäre auch, wenn dort ganz viele verschiedene Professionen arbeiten, die in sehr wertschätzender Art und Weise gemeinsam für Kinder sich auf diese Reise des Entdeckens geben. Und dazu gehört für mich zum Beispiel die Hausmeisterin, der Küchenmann, die Sekretärin, die Lehrerin, der Erzieher, vielleicht auch der Sozialarbeiter und ja alle Personen, die Kinder sonst noch in ihrem Lebensumfeld gut unterstützen können und auf das vorbereiten, was Kinder erwartet in der Zukunft, was wir uns heute vielleicht noch nicht so gut vorstellen können. Wir sprachen heute über tanzende Zahnbürsten und Malroboter mit Katrin Kölner, die eine strategisch ausgerichtete Idee vom Lernen über den ganzen Tag hin fordert, die die Erzieherinnen als Experten für das Spielen und für die Beziehungsgestaltung sieht und dem Schulort sogar eine Wirkung hinsichtlich der sozioökonomischen Benachteiligung bestimmter Schülerinnen und Schüler zuschreibt. Wir haben gesehen, wir brauchen medienkritische Beiträge, wir brauchen medienaffine Beiträge, in jedem Fall aber Medienkompetenz und das im Team und Frau Kölner hat uns am Schluss noch einen ganz heißen Tipp gegeben, dass Thilm bietet eine Fortbildung an der digitale Medienkoffer für den Schulort. Seien Sie alle herzlich dazu eingeladen, diese Fortbildung rege zu nutzen. Vielen Dank, Frau Kölner. Sie möchten Lehrerin oder Lehrer in Thüringen werden oder interessieren sich für eine Einstellung in den Thüringer Schuldienst, dann informieren Sie sich zu offenen Stellen und Einstiegsmöglichkeiten unter www.erste-reihe-thüringen.de. www.erste-reihe-thüringen.de.de. Untertitelung des ZDF, 2020